Istanbul Der große Bazaar ist einer der faszinierendsten Attraktionen in Istanbul. Tausende von Geschäften und seine vibrierende Atmosphäre machen ihn zu einem der beliebtesten Ziele für Touristen und Einheimische. Die Galater Brücke führt über das goldene Horn und verbindet unterschiedliche Kulturen. Ein Ort, an dem sich Orient und Oktzident begegnen. Jeder, der nach Istanbul kommt, möchte sich auf dieser Brücke fotografieren lassen. Die vielen Angler, die dicht getränkt am Geländer stehen und ihre Routenziel gerade ins Wasser halten, sind zum Vorzeichen der Brücke geworden. Die Galater Brücke wurde nach dem Entwurf des deutschen Bauingenieurs Fritz Leonard von einem Konsortium unter Beteiligung der Firma Thyssen auf 114 Betonpfeilern errichtet. Die unter der Fahrbahn gelegenen Ladenflächen werden von den zahlreichen Restaurants und Cafés genutzt. Während oben der Verkehr braust, herrscht unten belebende Gourmet-Atmosphäre. Istanbul muss man hören, riechen und schmecken. Ein Trip nach Istanbul lohnt sich zu jeder Jahreszeit, denn richtig kalt wird es in der Metropole am Bosporus nie.